Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infinity Sky Blog mit Milla. Hi. Hala. So. In der letzten Folge haben wir hier mal ein paar Sätze gepflanzt und hier schon mal mit der Mob Farm angefangen. Und hier schon mal angefangen die Fläche ein bisschen zu vergrößern. So. Milla. Du kannst... Warte. Hier. Machen wir da drei weg. Hier. So. Hier. So mit Stone Slaps. So hier lang. Reicht das man hier ein kleines Erntefeld hin machen? Hm. Wie groß willst du das denn haben? Ich hätte gesagt das Erntefeld machen wir erstmal so 3x3 so für den Anfang. Okay. Dann lass ich das so frei. Ja genau. Hier die 3 freilassen. Also da überall Slapsen. Und hier halt so ein 3x3 Teil freilassen. So. Und da ist ein Baum gewachsen. Wo, wo, wo? Wo ist Milla? Du hast die Angst. Sorry. Moment. Dankeschön. So. Schwingspony haben wir in Anfang keine. Ja. Ja. Ich muss grad mal gucken. Nicht, dass ich runterfall. Könnte er das sagen. Was passiert da im Niii. So. So. Und hier einsetzen. Ui. Es wird dunkel. Ehhhh. Ehhhh. Ich geh jetzt ernsthaft hier mit einem fucking bisschen. So. Dann. Mal gucken. Zamorda halten. Da müssen wir hier runter. Ne. Ma rechts mit einem. Schöp. 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 Jaaaaaaaa. Jaaja. Hier die Starten mal ohne. So nach dem count machen. Wila. heat. Ich hab ganz kurz. Ich hab ist. Geh herun, ähm... Warte, kann ich machen. Oder mach du die, oder? Mach du sie. Ich bin grad hier und guck nur hier. Ach nee, noch was. Okay, im Prinzip... Ich hab gar kein... Hallo? Hallo? Gut, ich guck nur was du tust. Ja, ich hab grad festgestellt, die Plattform ist ja schon so weit, dass die Erde da weg kam. Also warum... Ja, hab ich mir gedacht. Dann sieht das hier auch mal schöner aus. So. Und wir könnten noch mehr Bäume pflanzen. Wir werden gepackt. In der Kiste. Okay. So. Warte. Jetzt schwieg auch noch 2 Erde. So. Ähm, was mir grad einfällt, wir brauchen doch bei dem Zelt Wasser. Ja, kommt gleich. Chill. Bindesprecher machen. Oh! Ach so. Ne, das geht noch so, okay. Ich hab noch 2 Erde für's. Und... Können wir hier in der Mitte vielleicht einfach einen... Ja, dann müssen wir warten bis es regnet. Müssen wir grad mal gucken. So. Hier ist noch einmal... Zweimal Erde hab ich. Mach die da hinten. Bein, 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 Bein. So. Äh... Hier haben wir so viele Barrels. Jetzt müssen wir eigentlich echt warten bis es mal regnet. Wild. Wild. Was ist sonst doof? Ich kann grad mal... Getrügen weitermachen. So. Ich mach grad die Getrügen weiter. Du kannst die Fläche erweitern. Mit Krabbel. Wenn bewiltsch. So lang. Äh... Oder soll ich mal mit diesem Chicken Ding noch ein bisschen Kies abbauen, damit wir noch mehr Rohstoffe kriegen hier? Äh... Rohstoffe brauchen wir eigentlich so ja nicht. Ich mein hier dieses Eisen... Copper... Ja, wir brauchen ja am Anfang noch keine Rohstoffe. Wir brauchen jetzt erstmal Wasser, bis wir am Anfang... Ein paar Kohle. Kohle brauchen wir ja. Ja, aber im Prinzip könntest du eigentlich schon mit dem Chicken machen. Dann wirst du schon machen. Dann wirst du schon machen. Also jetzt doch. Ja, mach's halt. Okay. Mach was du willst. Ich versteh schon. Ich versteh dich, willst du? Ja. Mach was du willst. Ist auch vollkommen okay. Du darfst auch gerne mit mir diskutieren über so Sachen. Ich darf auch gar nicht diskutieren. Hm. Ich muss ja auch da im Projekt. Also du dich ja auch dabei. Du hast auch was zu sagen. Ja. Lauf den letzten Titel... Ja nicht, aber... Ja, war ich grad, Max. Ja, lieber... Ja, lieber... Ich war nur Bauhelferin. Ja... Aber ich hätte noch gerne Schürzen, ja? Du musst Schürzen. Wer hast du denn? Eine Schürze. Ein... Du hast ne Schürze. Heng... Trina. Was man normal zum Kochen nimmt. Was Dienstmädchen anhaben. Die kleine Schürze. Ach so. Ja, dann mach ich dir ein extra Skin, den du dann immer anziehst, wenn du hier auf die Map kommst. Ja. 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 Genau. Hier das Holz nehmen wir mal. Öl. Ein bisschen. Hö... So. Passt nix. Neu, ach so. Neu, wir haben Fackeln. Wir haben ganze vier Fackeln. Jetzt haben wir acht. Du musst doch gucken, wir müssen ein bisschen ausleuchten. Ja, sehe ich auch so. Mach mal ha 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 ha. Und diese Roherze, muss man die schmelzen, damit die dann Blöcke werden? Ja, du musst die im Piero-Pack einsetzen. Also Piero-Crafting-Feld. Ah ok. So war es glaube. So, jetzt leichten wir nochmal ein bisschen aus. Da haben wir nochmal drei Stück. Das ist schon eins. Zwei Stück. Der Witz ist, wenn du mal weiterbaust und dann die Fackeln aber immer stehen lässt, dann siehst du wie weit du immer gebaut hast. Das ist schon Lufstil. Das stimmt. Und British ambassador. Und du denkst wie so, The Facility fiel habe ich neberschon mitzubaut. Aber newhoa. So ich kann hier mal nur springspumpen. Und so, all'n'n Schès'. Also wenn ich viel in ein Ding packe, dann habe ich maximale Success50 oder Gravel. also wieder Kies. Ja, dann kann ich ja dann sieben. Oder brennen. Ah, okay. Ja. Üselige Prozedur. Ne, sieben kann man es nicht. Muss ich denn wieder abbauen, oder was? Die schmelzen. Die muss noch schmelzen bestimmt, oder? Ja, kann sein. Kies muss man hier rein, theoretisch. Und rein praktisch. So, ich hab noch zwei Farben, ne? Diese zwei. Einmal hier. Oh, scheiße. Die sind stones left. Böööööööö. Anja, spawn. Die passt. So. Hm. Mal gucken. Was wird Alondra Euch machen. Scheiße. Man muss nicht mehr holen. Ne. Ne, da sind noch zwei dort. Ja, ein Zinnenbarren. Yay. Und ein Eisenbarren. Das könnte eigentlich mal anfangen mit regnen. Yay. Welch aufhören. Ja, das wär echt nice. Hm. Husch husch. Ja, bin ja schon weg. Wär jetzt spawnen wir jetzt echt nicht schlecht. Wenn die Monster nochmal spawnen würden. Aber nö. Da kommen Hühner aus meinem Stick. Ja, ein bisschen Chicken Step. Was erwartest du von Chicken Step? Warum machen wir uns damit nicht so futtern? Weil... Wir versuchen eines der Hühner zu kriegen. Ne, wir haben schon Iron und Tin getrunken. Also spawnen die immer nur per Zufall? Soweit ich weiß, ja. Achso, da brauchen wir jetzt ein Wasserbril... Äh... Weil die landen immer hier zwischen Lava und Wasser und verbrennen dringt. Ja. Aber wenigstens krieg ich dann immer das Fleisch. Echt? Ja, einmal bisher einmal Fleisch und Federn. So. So, ähm. Und ich nehme noch Steinen mit. Ich mache jetzt eins jetzt. Bauen wir da hinten ein bisschen Redder. Ja, hier ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen mehr in Form wächst. Gibt es ja nicht alle, die wir zum Wachsen brauchen. Ein bisschen schneller. Ich versuche, dass das mit dem Twirken nicht klappt. Okay. Um. So. Also Butter. Jörg. Oh. Let's Schule. Oh. Oh. Ja, das ist Schaltbuch hier gerade. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, nee, zu wenig Arbeit. Es sollte regnen, damit wir weitermachen können. Räume sollten wachsen. Aber alles will nicht. Voll doof. Voll doof. Hier ist das. So. Machen wir hier eigentlich ein Stück. Bis das jetzt wechseln, können wir drüben bei der Moppa machen wir noch ein bisschen was. Haben wir da nicht aus Stein irgendwie schon mal? Jetzt lasst es aber nachwerben, ey. Das Mondschussbaum vielleicht kriegen wir da, äh... Stimmt, haben wir noch Stein. Wird man dann erstmal ein Schwert aus Stein machen? Haben wir ja alles für. Okay, okay, okay. Nee, wir haben eben nicht alles für. Warum? Wir haben kleine Pettern. Sprich, uns findet heute... Ich hab ein Diamant bekommen! Echt? Ja! LOL! Weh, um. B opin. Wir gaan. Also Move hat. Das ist noch fünfmal. Noch fünfmal, noch fünfmal! Für so. Wir haben Steine, aber wir haben kein Holz verdammt. Los, wachst du Scheuß, Bäume! Wachst, wachst! Anscheinend soll es auf keinen Fall runterfallen. Springen soll anscheinend helfen. Ich hab hier nochmal neun Kohle, falls du noch mehr Fackeln machen willst. Brauch ich gerade gar nicht. Ausgeleuchtet genug hat, denke ich. Los, die Scheußbäume sollen wachsen, Volking. Die wollen nicht wachsen. Warum nicht? Blöde Bäume. So wachsen. Wir brauchen eindeutig Monster für Knochenmehl. Ja. Da oben sind bisher bloß 2 Creeper und jetzt spinnen. Jetzt müssen alle noch mehr werden. Geil, ich bin voll am Duren. Vielleicht sollten wir den Steg auch irgendwann noch größer bauen. Nicht, dass die den in einem Schlag da runter hauen. Das stimmt, aber die können die Steine nicht machen. Ich hab ja eine. Alter! Was ist da los? Was? Nichts? Wir werden Krawalla machen. Ja, das war nur ein Zombie. Der Zombie... Und dann müssen wir echt mal die Dinge wegnehmen. Und dann kommen die Creeper eventuell. Machen wir den mal weg. Und dann kommen die Cie. Und dann kommen die Cie. Und dann kommen die Cie le. Weitereus ein, den sie. Es machte. Sägen. I see Creeper Hm? Ich sagte we Creeper Ach so Johann Mila. Hey Mila Verpasst! Oh ja, Kiko! Weg, 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 weg! Solange ich mich sicher kann, kann der nicht hochgehen. Kannst du mich nicht mal vorwarnen? Hab ich doch! Ich höre es auf einmal nur noch hinter mir zwischen, weißt du? Die Kiko ist tot. Zombie auch. So, das haben wir bekommen. Ein Zombie-Head und ein Rotten-Fleisch. Ja, toll. Da hinten ist so ein Blaze, den ganzen Moment. Ja, das muss man schön in Ruhe. Da, da, da. Das macht viel sauer. Und ich hab nur noch Lowlife. Beziehungsweise, vollgaswimmer. So. So ein paar Skeletten spawnen. Gibt's doch gar nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ist die Folge vorbei. Hallo? Hallo? Hm? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin hier, hallo! Ja! 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 So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben ein bisschen ausgeleuchtet und ein bisschen was geredet. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt's doch mit dem Daumen nach oben oder mit dem Abo oder mit dem Kommi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss! Euer Trin-Lafi und eure... ...Mila! Tschüss!